eigentlich passt das ganz gut mit meinem mit meinem jingle wir haben ja wir haben ja gerade darüber gesprochen über sound auf deswegen ist ganz 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 wichtig im rahmen des multisensoralen marketings dass man ja dass man immer eine kohärente kommunikation hat über möglichst viele sinne oder möglichst viele sinne letztendlich stimuliert und anspricht ich habe das gerade mal wir müssen es ja ein bisschen soll ja keine werbesendung werden aber ich hatte so einen sportwagen probe gefahren tolles tolles elektroauto und was die ganz cool gemacht hatten wenn man dann aus dem auto ausgestiegen ist und man hat den wagen deaktiviert also war ein reines elektro fahrzeug dann hat das fahrzeug am ende das geräusch gemacht was sie auch im prinzip in verbindung das mit dem marken logo im fernsehen sehen also diesen diesen corporate sound wurde dann abgespielt aus dem radio noch mal man macht das fahrzeug aus und dann kriegt man noch mal diesen jingle dann irgendwo vorgespielt eigentlich ziemlich cool gemacht gut was ist jetzt aufgabe hier der produktpolitik produktpolitik ist herz des marketing warum weil ohne produkt ohne dienstleistung habe ich natürlich nichts was ich irgendwo an den an den markt irgendwo abgeben kann also ohne dieses basis leistung kann ich natürlich keine andere teilleistung bringen muss ja nicht kommunikationspolitik betreiben oder distributionspolitik kernaufgabe oder kernfrage ist hier welche arten von produkten und gepaart mit welchen dienstleistungen biete ich als unternehmen meinen kundinnen und kunden an das ist im prinzip nur noch wiederholung ich habe es ja gleich am anfang schon gesagt als wir über diese vier ps gesprochen haben product price place promotion einmal programmgestaltung ja erste frage programmstruktur wie soll das produktionsprogramm hier aussehen wie viele unterschiedliche produktlinien und habe ich möchte ich haben und wie tief gehe ich in die einzelnen linien letztendlich rein nur wie viel smartphones brauchst du wie viel computer brauchst du wie viel autos eines typs möchtest du irgendwo herstellen dann produktgestaltung an sich selber ganz wichtig der bereich der markenpolitik markenstrategie markensystem markengestaltung also auch entscheidungen über die wir jetzt jetzt nicht im detail irgendwie sprechen können aber habe ich letztendlich eine marke und habe unter der marke verschiedene supermarken irgendwo habe ich so eine dachmarkenstrategie wie nivea das hat mich darunter habe ich dann nivea visage nivea bottee und so weiter und so fort so eine dachmarkenstrategie oder habe ich eine einzelmarkenstrategie oder eine familienmarkenstrategie darüber muss ich mir jetzt endlich gedanken machen und natürlich sehr sehr wichtig auch im bereich der des innovationsmanagements produktinnovation wie kannst du neue produkte dienstleistungen auf den markt bringen wie kann man auch ein unternehmen innovativ halten es ist immer wieder neue produkte und dienstleistungen wo auf den markt bringen das habe ich gerade schon gesagt programmpolitik umfasst alle entscheidungen welche im zusammen zusammenhang mit dieser programm breite und programm tiefe letztendlich stehen können wir schnell rüber gehen hier ist die breite das sind also unterschiedliche produkt oder programm linien und die tiefe ist letztendlich innerhalb von der produktlinie zum beispiel haushaltsreiniger welche arten mache ich jetzt endlich hier noch jetzt gibt es in der produktpolitik noch verschiedene konzeptionsebenen zu unterscheiden ist sehr wichtig noch und zwar einmal hier haben wir am beispiel eines füllfederhalters einen kernnutzen was ist aber ein füllfederhalter schreiben mit tinte ein auto der kernnutzen der grundnutzen eines autos ist bei allen automobilen gleich ja ob ich mit dem ferrari oder mit dem fia cinquecento irgendwie von hamburg nach lübeck fahre ist der kernnutzen mobilität auf vier rädern ja basisprodukt ist zum beispiel ein ganz konkretes produkt hier am beispiel montblanc meisterstück ein füllfederhalter das erwartete produkt ergibt sich daraus und aus dem branding das ist zum beispiel bei montblanc erwarte ich eine hohe qualität eine gute haptik gut in der hand liegt hochwertig aussieht und dann habe ich eine ganz wichtige ebene nämlich die erweiterte oder augmentierte ebene augmented sie kennen den begriff augmented reality das ist zum beispiel kostenlose wartungen bei juwelieren könnte jetzt irgendwie so ein aspekt sein oder weiß ich nicht lebenslange garantie beispielsweise das sind so sachen die ich vielleicht nicht direkt erwarte aber wenn es als augmentierte als augmentierte service produkt komponente dazu kommt sei vielleicht ob das ist gut das habe ich beim wettbewerb irgendwo nicht also augmentiertes augmentierte zusatzleistung könnte zum beispiel sein wenn ich statt zwei jahren garantie fünf jahre garantie auf meine technischen geräte gebe potenzielles produkt ist die produktweiterentwicklung das ist das was was überhaupt nicht artikuliert wird aber was potenziell an möglichkeit ja zur verfügung steht dass das sind natürlich diese diese letztgenannten ebenen potenzielle produktebene und erweiterte augmentierte produktebene bieten die möglichkeit hier mich vom wettbewerb abzuheben das habe ich auch schon gesagt das ist sehr wichtig nutzen dimension eines produktes das ist im prinzip der grundnutzen der basis und der produktkern das sind die funktionalen und physikalischen eigenschaften eines produktes also ein auto gibt mir mobilität wie kann ich mich jetzt vom wettbewerb abheben alle unternehmen wollen ja dasselbe auch hochschulen wollen dasselbe oder weiß ich nicht nachhilfe lehrer oder gymnasien oder textil fachgeschäfte alle wollen ja kundinnen und kunden anziehen umsatz machen gewinnen machen und wollen sich natürlich unterscheiden wie kann ich das tun ich kann natürlich gewisse zusatzleistungen anbieten ich sage ich habe es gerade schon gesagt anstelle von zwei jahren garantie gebe ich ihnen fünf jahre garantie oder ich gebe ihnen mein wegen 30 jahre garantie die frage ist kann ich mich dadurch vom wettbewerb abheben klar ja kann ich aber das problem ist andere können es kopieren damit ein unterscheidungsmerkmal von also damit ein kundennutzen auch nachhaltig ist gegenüber dem wettbewerb also ein komparativer wettbewerbsvorteil der nachhaltig ist das ist sustainable competitive advantage sagt man im englischen muss ich drei bedingungen erfüllen einmal erstens der vorteil muss für den kunden wahrnehmbar sein kann ich es wahrnehmen dass ich statt zwei jahren garantie fünf jahre garantie gebe ja das kann ich wahrnehmen zweitens es muss wichtig sein für den kunden für die kunden ist es wichtig wenn ich mehr garantie bekomme für die meisten wird es wichtig sein das heißt auch der zweite aspekt ist erfüllt als dritte ist halt der dieses unterscheidungsmerkmal darf mittelfristig nicht kopiert werden können kann ich das kopieren natürlich gar nichts kopieren ist einfach eine frage des business cases eine frage von zwischen 0 und 9 wie mein vorgesetzter gesagt hat das heißt also eine frage des investments ästhetische eigenschaften ich kann meinem gegenstand meinem produkt meiner dienstleistung bestimmten anstrich geben ein bestimmtes design eine bestimmte form kann ich es kopieren ja ich kann es relativ einfach wieder kopieren ich verändere das dann modifizieren kann es machen das was uns zur frage bin was kann ich denn nicht kopieren und ich sage das eingangs nachhaltiges differenzierungspotenzial bieten eigentlich vordringlich zwei aspekte hier bei bei produkten einmal die relationships also die beziehung die zu kunden aufgebaut habe und die marke und das image welches sie verkörpert ja da war ich jetzt auch schon gesprochen entscheidungstatbestände im rahmen des produktprogramms produktinnovation völlig neue produkte zu entwickeln klar das aufgabe hier der produktpolitik dann produktvariation verbesserung bzw veränderung der bestehenden produkte differenzierung heißt immer wenn ich ein produkt um weiteres eine linie um eine weitere ein weiteres produkt ergänze nun das ist nicht wenn ich jetzt ein völlig neuartiges produkt irgendwo mache sondern einfach eine andere geschmacksrichtung bei hegen das oder so und elimination der name sagt es schon ist wenn ich mich jetzt von alten produkten beispielsweise verabschiede weil ich vielleicht auch in dem markt nicht erfolgreich bin wir haben ja gesagt marke ist wichtig und marke hat mir gesagt ist eine sache die ich nicht so einfach kopieren kann das was eine marke verkörpert eine marke ist ein in der psyche des konsumenten fest verankertes bild von einem produkt wir hatten das ja am beispiel von jammer und harley davidson gesehen hat mir gesagt eine marke ist immer eine ansammlung von wahrnehmung im bewusstsein des konsumenten und um die marke möglichst stark aufzubauen und zu klar zu positionieren es ist wichtig sie über einen längeren zeitraum immer gleichbleibend anzubieten und auch darzustellen und zu kommunizieren was ist wichtig für für aus herstellersicht oder und auch aus konsumenten sich was sind die funktionen von marken einmal aus herstellersicht rechtlicher schutz vor nachahmung natürlich super wichtig klar eine marke kann ich nicht einfach kopieren das ist klar erweiterung des produktangebots durch bestehendes markenbewusstsein also ich kann natürlich versuchen wenn ich eine starke marke habe wie beispielsweise nivea oder apple kann ich die marke in andere produktbereiche hinein dehnen und deswegen spricht man auch von brand stretching wichtiger wichtiger begriff stufenweise aufbau von markentreue ja preispolitische spielraum im verhältnis zu vergleichbaren konkurrenzprodukten wenn ich eine starke marke habe in einem bereich kann ich natürlich auch ein premium dafür verlangen also apple produkte oder samsung produkte sind teurer als andere die produkte von anderen smartphone herstellen mit unter differenzierte markt bearbeitung ja das ist ganz wichtig das heißt ich kann mit unterschiedlichen marken unterschiedliche segmente in einem markt bearbeiten also ich kann eine marke haben für ein hochpreisiges segment ich kann eine marke haben für niederpreisiges segment beispielsweise also toyota hat das ich glaube das beispiel hätten schon mal genannt weil toyota ist er für die basic cars irgendwie guten preis leistungsverhältnis und ab nach gewissen preisklasse aufwärts gesehen nutzt halt toyota lexus als marke symbolischer hinweis auf eigenschaften und nutzen der produkte und schaffung von direkten verbindungen zum endverbraucher funktionen der marke für konsumenten sind einmal identifikationsfunktion klar ich erkenne marke natürlich an entsprechenden an entsprechenden aufmachung und ich kann entsprechend prestigewerte hier erkennen zum beispiel bei einer rolex ist das der fall und wegen beim iphone oder beim bestimmten fahrzeug typ und durch markierung ist ein direktes feedback zum hersteller möglich zum beispiel indem ich jetzt auf das weiß ich nicht auf die verpackung zum beispiel eine hotline irgendwo drauf drücke und eine marke fungiert immer auch als qualitätsindikator also wenn ich jetzt irgendwo unsicher bin bei produkten beispielsweise bei zwei t-shirts irgendwo und mir ist das eine eine hersteller irgendwie nicht bekannt anderen kenne ich irgendwo und ich habe schon mal t-shirts von dem gekauft okay komm da hast du eigentlich immer eine gute qualität gehabt also kaufst du es auch diesmal marke ist eine ansammlung von wahrnehmung im auge des konsumenten das soll dir so ein auge sein ja werte prinzipien corporate identity marketing aber auch das verhalten des personals ganz wichtig im dienstleistungsbereich spielt natürlich eine rolle in bezug wie konsumentinnen und konsumenten die marken wahrnehmen hier kann man mal sehen ganz ich habe es ganz aktuell gemacht vor ein paar wochen aktualisiert erst wie wichtig marken sind das sind die marken werte der wertvollsten marken des des planeten im jahr 2021 apple plus 26 prozent gegen mit dem vorjahr also allein die marke apple hat einen wert von 408 milliarden us-dollar was jetzt wieder interessant ist die ersten top five brands sind alles digitale corporations coca-cola ganz ganz interessant kann zwar leicht dazu gewinnen aber kommt wenn man jetzt in der historie dass sich dieses ranking von interbrand irgendwo anschaut war viele viele jahre hinweg immer die unangefochtene nummer eins und es in den letzten jahren erst dann nach und nach irgendwo abgestürzt ja wie beziffert man den wert einer marke das habe ich gerade noch kann er noch erkennen können das ist da haben unterschiedliche agenturen unterschiedliche ansätze aber vereinfacht gesagt versucht man herauszufinden was ist dieser was ist dieser premium was ist dieser premium preis hier also hier dieses hier versucht man herauszufinden preispolitischer spielraum im verhältnis zu vergleichbaren konkurrenzprodukten das heißt man misst den markenwert indem man sagt was ist der kunde die kunden bereit mehr zu zahlen dafür dass der coca cola draufsteht als dass da einfach nur cola draufsteht ja also was ist der das marken premium und das wird dann entsprechend hochgerechnet auf entsprechende transaktionen und so kommt man dann zu einem markenwert der das muss man ganz ehrlich sagen natürlich auch von agentur zu agentur und von berechnungs methode zu berechnungs methode abweicht das heißt wir sollten uns jetzt nicht daran hochziehen ob das jetzt 57 milliarden oder 56 milliarden dollar letztendlich der wert ist von coca cola als marke aber was interessant ist einfach ist einfach dass wir sehen die die relation was eine marke an wert hat was die marke letztendlich hier verkörpert ich habe jetzt neulich gerade diese folgenden artikel gelesen über den wert von influenza marken in den sozialen medien wo man auch sagen menschen können keine richtigen unternehmen das sind einfach nur personen aber diese personen marken dauer oder sowas die haben schon einen wert von teilweise 5 6 7 millionen euro das ist schon sehr 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 beachtlich jetzt jedes wertvollste deutsche marke und eigentlich eines meiner lieblingsunternehmen ist hier inter inter warum ist intel 1 2 lieblingsunternehmen nicht weil die irgendwie verloren haben aber intel wenn sie das jetzt mal alle anderen marken sich anschauen intel ist die einzige brand wenn ich das richtig sehe auf den ersten blick ja welches eine sogenannte ingredient brand ist eine ingredienz intel ist ja nicht irgendwo ein produkt was ich irgendwie so anfassen kann sondern intel ist ja inside ja im computer drin im smartphone drin wo auch immer im laptop drin das ist eine sogenannte ingredient brand deswegen haben sie die ingredient brands ist wesentlich schwerer und deswegen ist das beispiel hier intel so spannend was auch spannend ist es stundenlang über das leid hier reden ist natürlich test das sehr sehr spannend sie sehen die enorme entwicklung von tesla allein nicht der unternehmenswert oder die marktkapitalisierung hier sondern rein brand value und wir sehen hier facebook schauen sie mal instagram gewinnt sehr viel stärker als facebook und ist fast als marke instagram als marke so wertvoll wie facebook wurde damals für eine milliarde us dollar von zuckerberg gekauft von facebook gekauft eine der besten investitionen in der geschichte von tech das kann man einfach sagen ich habe es ein paar mal auch herausgestrichen auch spannend hier netflix relativ junges unternehmen hier aber was man was man auch sehen kann wir haben kurz drüber gesprochen als wir über den gini koeffizienten gesprochen haben diese polarisierung der nachfrage kann man hier eben auch erkennen kann sein sehen dass also einmal h&m insgesamt als marke sehr gut sehr gut sehr gut darstellt bei den absätzen ist es so ein bisschen kritischer zu hinterfragen aber nichtsdestotrotz dann habe ich auch zara unter den top brands der welt aber auch ms wo haben wir es noch chanel wo ist denn gucci gucci sia zum beispiel das heißt ich und louis vuitton habe ich noch so als 13 wertvollste marke des planeten mit 36 milliarden dollar das heißt ich habe im prinzip kann ich auch hier wieder sehr schön sehen diese polarisierung der nachfrage das ist auch ganz spannend das ist ein ganz ganz berühmtes leid in einem blindtest ziehen 51 prozent der probandinnen und probanden pepsi vor und sagen pepsi schmeckt mir besser 44 prozent sagen ich pepsi schmeckt mir besser das schmeckt mir besser ja und dann sagt man nicht ja das ist pepsi und das schmeckt mir besser 44 prozent sagen das schmeckt mir besser und es ist halt cola wenn ich jetzt diese den selben probanden und probanden eine halbe stunde später sage hier probieren pepsi hier probieren coca cola dann sagen plötzlich 23 prozent pepsi schmeckt besser das heißt der wert sinkt wohingegen der coca cola wert sich auf 65 prozent erhöht das heißt allein die darbietung der marke allein dass ich sehe auch ich trinke jetzt eine coke das beeinflusst die wahrnehmung der qualität und des geschmacks hier das hat ja eigentlich mit dem geschmack gar nichts zu tun sollte man meinen und da zeigt sich eben wie marken und markenkommunikation präferenzen schaffen kann gut ist ja mal preispolitik wollen wir das noch machen ich meine das ist ein großer großes kapitel vielleicht schließen wir das dann noch beim nächsten mal irgendwo ab wir enden das mal hier an dieser stelle k k b b b Untertitelung des ZDF für funk, 2017